Zwo, drei, Action! Ey, ihr ungläubigen Kaffermissgeburten! Ich mach euch zu schwarze Bohle! Nein, nein, nein! Was soll diese Knarre? Voll nachgebaut, Mann! Die ist viel zu klein, Mann! Ist sie nicht zu klein, Bruder? Sind meine Hände! Ihr könnt ganz einfach verhindern, dass die Bullen euch orten. Ihr esst die SIM-Karte. Kann ich die kochen, Mann? Das sind totale Idioten, South. Die können nicht mal einen Tee umrühren, ohne dass die ein Fenster einschlagen. Also, mein Plan ist es, eine Bombe an einer Klee festzumachen. Kleehen sind nicht mehr unsere Liga, Faisal. Ich folge dem Ruf, Bruder. Ausbildungslager in Pakistan. Still, Watsch! Das ist die Drohne. Wir müssen sie abschießen. Das ist nichts! Ja, es muss Gottes Plan gewesen sein. Ich bitte dich, wie kann sowas Gottes Plan sein? Es kann jedenfalls nicht sein Plan sein, dass du die Jungs mit Barry allein lässt. Wir brauchen kein Lager. Wir sind ausgebildet und bereit. Auf irgendeinem Batsch, was der uns erklärt, wie man Zünder baut, kann ich verzichten. Was wir hier machen, muss in die Geschichte eingehen. Ein Echo für Jahrhunderte. Irgendwas hochbauen. Was sollen wir denn hochbomben, Watsch? Internet. Was? Und sein Liebmann sagte, wir sollen Bomben bauen. Wir verstecken sie unter den Kostümen Hassans Van. Für den Spendenlauf seid ihr etwas spät dran, he? Ihr werdet euch totrennen in diesen Anzügen, Jungs. Ist ja für eine gute Sache. Aber sie würden nicht hochgehen. Nein, du bist nur verwirrt, Bruder. Bin ich nicht verwirrt, Bruder? Ich habe gerade voll Foto von meinem Gesicht gemacht. Ist 100 pro nicht mein verwirrt Gesicht. Was macht ihr da? Falls die Fotos von uns machen. Was? Barry sagt, verschwimmen lassen. In den Karton hab. Ich darf mein Gesicht nicht zeigen. Nein, du darfst weiter! Bring über die Mauer, Pfeißer! Foto kommt nach am bowling�보�amos! Okay, ich hoffe, dass ihr hier seid. Bis in den Karton hin. Untertitelung. BR 2018